Mach mit! Eine Initiative von Nickelodeon. An alle Schüler und alle Schulen in allen Städten! Am 9. Juni ist Spieltag und ihr könnt mitmachen! Plant gemeinsam euren ganz besonderen Tag. Macht den Pausenhof zum Spielfeld und eure Schule zum coolsten Ort der Stadt. Nickelodeon hilft euch dabei. Bewerbt euch mit euren Ideen für ein tolles Schulfest und gewinnt klasse Spielpartner. Nickelodeon holt euch die Profis vom Deutschen Basketballbund und die fitten Choreografen von These Kids Club an eure Schule. Dazu gibt's tolle Spielepakete von Toys R Us und die Unterstützung vieler Clubs des Deutschen Fußballbunds. Mit etwas Glück kommt das Nickelodeon Fernsehtheam an eure Schule und berichtet von eurem Spieltag. Lass uns rausgehen, lass uns die Welt sehen, spielen, renn uns gegen Lachen, Patinam. Also, steckt die Köpfe zusammen und denkt euch euren ganz besonderen Spieltag aus. Und? Geht raus, spielen! Mehr Infos findet ihr unter nick.de